Guten Tag, Frau Professor Reddemann. Hallo, Herr Wittmann. Sie sind Nervenärztin, Psychoanalytikerin und Fachärztin für psychotherapeutische Medizin. Seit gut 30 Jahren beschäftigen Sie sich intensiv mit Trauma und Traumafolgestörungen. Von 1985 bis 2003 waren Sie Leiterin der Klinik für Psychotherapie und psychosomatische Medizin des Evangelischen Johanneskrankenhauses in Bielefeld, wo Sie die psychodynamische imaginative Traumatherapie, BITT, entwickelt haben. Und Sie haben für Klett-Kotter rund 20 Bücher in der Fachbuchreihe geschrieben. Am 22. Mai 2021 erscheint Ihr Band Die Welt als unsicherer Ort, psychotherapeutisches Handeln in Krisenzeiten. Ich habe das Buch noch nicht, aber es wird jetzt hier im Film eingeblendet. In der Tat hat das Coronavirus bei vielen Menschen das Gefühl in einer Welt, als einem unsicheren Ort zu leben, ganz besonders verstärkt. Lockdown, Ausgiftverbot und das Impfen werden stets und ständig in den Medien von morgens bis abends diskutiert. Aber dabei ist der Blick auf die psychischen Folgen, auf unsere Seelen, verloren gegangen. Ja, ich weiß nicht, ob er verloren gegangen ist oder nie da war bei den Menschen, die jetzt das Sagen haben. Ich finde es sehr auffällig, dass da von Seiten der Politiker überhaupt nicht darüber nachgedacht hat. Und es gibt inzwischen einiges, was man wissen könnte von eben seelischen Erkrankungen, die zunehmen. Also sei es, dass die Dinge sich verschlimmern. Beim Teil meiner Patientinnen sieht es so aus, dass es schlimmer wird oder wieder schlimm wird. Bei anderen kommt es jetzt erst. Jedenfalls ist es derartig auszublenden, finde ich beinahe skandalös. Die Pandemie trifft besonders Menschen mit Traumafolgeerkrankungen besonders hart. Sie werden massiv vom Verlust ihrer oft mühsam erarbeiteten Ressourcen bedroht. Sie sagen dazu in Ihrem Buch, dass in dieser Situation die Psychotherapie in diesen Zeiten immer häufiger und zum Teil anderes als das erlernte Handwerkszeug benötigt. Schulen, ich darf Sie mal zitieren, schulenspezifisches Handeln in der Psychotherapie scheint mir im Kontext der hier angesprochenen Themen, und ich füge hinzu, sprich in der aktuellen Pandemie und in künftigen Pandemien, nicht ausreichend zu sein. Können Sie das erläutern? Ja, also es ist sowieso inzwischen umstritten, ob das mit dem sich nur Orientieren an Therapieschulen überhaupt dem Patientinnen noch gerecht wird. Also da gibt es jetzt neuerdings relativ viel Forschung, die eher dafür spricht, dass man halt, also wir als Therapeutinnen sollen uns den Patientinnen und deren Bedürfnissen anpassen und nicht erzwingen, mehr oder weniger stark, dass die Patientinnen sich uns anpassen. Das ist eine ewig lange Diskussion in der Psychoanalyse gewesen. Michael Ballend war einer der Verfechter, dass man die Sprache der Patientin lernen soll und nicht die unsere. Naja, und jetzt inzwischen ist das wohl so. Und von daher denke ich eben, ja, wir müssen einfach gucken, was die Menschen, die zu uns kommen, wirklich jetzt brauchen. Und da habe ich den Eindruck, aufgrund der vielen Menschen, mit denen ich reden kann, denen geht es jetzt um existenzielle Themen. Und die hat es halt früher gar nicht so, naja, gegeben hat sie natürlich immer, aber man hat sich nicht genügend in den Mainstream-Therapien, die wir hier in Deutschland vor allen Dingen haben. In Österreich sieht es ja ein bisschen anders aus. Da gibt es ja zum Beispiel Psychotherapie nach Viktor Frankl, die also sehr stark existenziell ausgerichtet ist. Also in Deutschland gibt es kein anerkanntes Therapieverfahren, was wirklich die existenziellen Themen ausgiebig in den Blick nimmt. Und von daher meine ich, liebe Leute, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir müssen umdenken. Können Sie eins dieser existenziellen Themen nennen? Ist das die Vereinsamung oder der fehlende Kontakt, was die größten Probleme bereitet für die Patienten? Also die Einsamkeit und dass sich dadurch ja auch unfrei fühlen, Freiheit wäre das nächste Thema. Das spielt auf jeden Fall eine riesengroße Rolle, auch bei Leuten, die stabil sind, die jetzt nach dieser relativ langen Zeit, ich meine, es ist immer noch nicht lang, wenn man das vergleicht mit anderen Pandemien, die es früher mal gegeben hat, aber nach dieser relativ langen Zeit so stark doch oft isoliert zu sein und keine Kontakte richtig gut pflegen zu können, also das ist auf jeden Fall sehr belastend, aber es ist auch sehr belastend, dass wir uns vom Tod bedroht fühlen, mehr als sonst. Ja, ob das statistisch haltbar ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Und die Todesangst, aber mit der man sich ja auch mal auseinandersetzen könnte, die wird verdrängt. Also das ist nicht im Bewusstsein. Beobachten Sie in Ihrer klinischen Erfahrung auch Fälle, wo Patienten erkrankten während der Pandemie, die eventuell eine gewisse Veranlagung dazu hatten, die aber diese Krankheit ohne Pandemie nicht ausgebrochen wäre? Naja, das ist schwierig zu sagen. Also jedenfalls haben ja psychische Erkrankungen zugenommen, das ist ganz klar. Und was ich vor allen Dingen sehe und höre auch von Kolleginnen ist, dass Patienten, denen es gut ging, also die schon auch Probleme hatten, die behandelt wurden, so dass sie am Ende der Behandlungen gut dastanden und sozusagen wie geheilt, wobei von Trauma kann man eigentlich nicht heilen, vollständig. Naja, aber dass die jetzt wiederkommen und zwar zum Teil wirklich mit massiven Problemen. Also ich habe ja in meinem Buch den einen Fall eines Patienten, der als Kind in der Zeit, wo die Kinder eben isoliert wurden, Kinderlärmung hatte und da haben wir viel, viel, viel gearbeitet, aber dem ging es dann richtig, richtig gut und der ist vollkommen eingebrochen, ja, eben durch dieses Eingesperrtsein nicht raus dürfen. Ja, und das war sozusagen eine Wiederholung dessen, was der kleine Junge durchgemacht hat, nämlich eingesperrt sein in seinem Krankenzimmer und da war kein Mensch ganz oft, ganz lange. Und das ist, also das wird zu wenig berücksichtigt, die Psyche spielt ja für die Politik überhaupt keine Rolle, leider. Inwieweit kann die, Sie nennen, dass existenzielle Psychotherapie mit den Grundsätzen und Tools der PITT verknüpft werden und hier adäquate Antworten liefern? Können Sie auch den Begriff der existenziellen Psychotherapie etwas erläutern? Ja, also da gibt es einen Protagonisten, das ist der Erwin Jalom. Der hat ein ganz dickes Buch geschrieben, schon in den 80ern und mit dem Titel Existenzielle Psychotherapie und der befasst sich dann eben mit diesen großen Themen, also Todesangst, Tod, Einsamkeit und so weiter. Und ich füge jetzt noch die Verbundenheit als eigentlich ein positives Thema oder den Mangel natürlich auch an Verbundenheit an und denke, dass wir als Therapeutinnen da aufhorchen sollten, ob solche Themen anklingen bei unseren Patientinnen. Also über Einsamkeit klagen Menschen auch vielleicht leichter als zum Beispiel, dass sie sich fürchten, dass sie sterben müssen. Das wird ganz gut nur spontan thematisiert. Ja, und auch das Thema Verbundenheit wird eigentlich zu wenig thematisiert als eine Ressource, nämlich wir sind ja miteinander verbunden. Dafür müssen wir uns doch nicht mal anstrengen. Das ist einfach eine Tatsache. Und dass das eine Kraftquelle sein kann, das zu empfinden. Ja, selbst wenn ich jetzt hier allein in meinem Zimmer sitze, aber ich kann mich ja in Gedanken verbinden. Und vor allen Dingen, das finde ich jetzt echt einen Gewinn unserer Zeit. Ich habe ja so viele Möglichkeiten, Verbindungen auch jetzt immer noch zu pflegen. Wenn man sich vorstellt, vor 100 oder noch mehr Jahren, da hat man sich einen Brief geschrieben und dann hat es Wochen gedauert, bis man eine Antwort bekam. Das ist übrigens ja noch gar nicht so lange her. Ich weiß noch, als 15-Jähriger war ich das erste Mal in Frankreich. Und da war das beinahe ähnlich, telefonieren konnte man nicht, weil es viel zu teuer war. Also habe ich einen Brief nach Hause geschrieben und dann kam halt nach ein, zwei Wochen kam dann die Antwort. Weil das hat auch lange gedauert, aus Deutschland nach Frankreich einen Brief zu kriegen. Ja, und jetzt können wir, wie wir zwei jetzt miteinander reden, wir sehen uns, wir hören uns. Und das ist auf den Knopfdruck und das vielleicht auch mehr zu schätzen, das würde ich uns allen auch wünschen, dass wir manchmal auch merken, wie wir es im Vergleich mit früher eben besser haben, wobei die jungen Menschen das ja gar nicht mehr wissen. Aber denen kann man es ja erzählen, dass sie das vielleicht auch mehr würdigen. Es ist seltsam, dass in der Pandemie so viele diese Zoom-Kontakte als nicht wertvoll empfinden und sagen, es würde ihnen furchtbar auf den Geist gehen und sei nicht gut. Ich habe damit wunderbare Erfahrungen gemacht. Ich habe wunderbare literarische Abende gemacht und habe bis jetzt bei Klett-Kotter, glaube ich, 30 Interviews gemacht. Ja, schön. Also ich finde es auch, ich mache das gern und ich bin dankbar dafür, dass es geht. Ja, und ich mache auch Therapien über Zoom. Ist das, wenn Sie das Therapien über Zoom machen, ist das ein sehr großer Unterschied für Sie oder für die Patienten, als wenn Sie das, wie man in Frankreich sagt, en présentiel, im gegenseitigen Gegenüber machen würden? Naja, ein gewisser Unterschied ist es natürlich, das denke ich schon. Aber es geht auch ganz viel, wo man erst denkt, das kann ja wohl nicht gehen. Aber es geht, ich spüre was von den Menschen. Ich kriege durchaus mit, wie es denen geht und greife das auch auf. Meistens natürlich in Frageform. Und ich fühle mich nah. Also ich fühle mich den Menschen nah, so wie jetzt auch Ihnen. Vielleicht wäre es lustiger, wenn wir zwei in einem Raum zusammensitzen könnten, aber ich finde es jetzt so auch schön. Wir werden das mal nachholen. Ja, genau. Auch wenn Kritiker das nicht sofort wahrhaben wollen. Deutschland ist eigentlich relativ gut durch die Krise gesteuert worden. Warum aber werden die seelischen Probleme unterbewertet und wozu rufen Sie in Ihrem Buch auch die Politiker auf? Ja, also ehrlich gesagt eine Erklärung, warum das Psychische derartig unterbewertet wird, habe ich nicht. Vielleicht, weil es da keine Sensoren gibt, das wahrzunehmen. Ich weiß es nicht. Die funktionieren halt alle, merken ihre eigene Angst nicht, können sich davon vielleicht auch besser distanzieren, weil es ihnen ja auch sozial gut geht. Das muss man sich auch mal überlegen, ja, in welchen günstigen Verhältnissen unsere Politiker sind im Vergleich zu vielen Menschen aus der Bevölkerung. Ich denke, die können sich auch gar nicht einfühlen. Aber da gibt es sicher auch welche, denen es nicht gut geht, die funktionieren halt. Das ist vielleicht immer noch ein Erbe aus der Kriegs- und Nachkriegszeit, wo halt die Devise war, reiß dich zusammen und nimm dich nicht so wichtig und funktioniere halt. Ja, das kenne ich ja gut. Fehlt in der Politik manchmal die Empathie? Unbedingt, unbedingt. Also davon bin ich wirklich überzeugt. Nicht bei allen natürlich, ja. Über Herrn Baum habe ich gerade wieder gelesen, der ist noch zehn Jahre älter als ich. Also da ist wirklich Empathie. Aber bei den Jüngeren, wir haben auch einen Empathieverlust durch den Neoliberalismus. Das ist, glaube ich, auch unbestritten. Also es geht ja ganz viel nur noch um ich, ich, ich. Ja, also Verbindung wird ja gar nicht mehr so hoch geschätzt oder vielleicht für selbstverständlich genommen, wie auch immer. Also an Empathie fehlt es vielen Menschen. Mit Blick auf Ihr Buch Psychodynamische imaginative Traumtherapie, PICT, das mittlerweile in der elften Auflage sich zu einem Standardwerk entwickelt hat, unterstreichen Sie einen Grundsatz in Ihrem jetzigen Buch. Es empfiehlt sich am Beginn einer therapeutischen Begleitung sehr genau, nach der Stabilität des Erwachsenen-Ichs zu schauen und diese zu fördern. Der Satz ist kursiv in Ihrem Buch, weil man ihn sonst vielleicht leicht überlesen würde. Es geht um das Erwachsene-Ich, aber auch um die Kindheit. Ja, klar. Also das ist jetzt nicht von mir erfunden. Das habe ich gelernt von einigen Lehrern, Lehrerinnen, die ich persönlich gar nicht gekannt habe. Also die Idee, dass wir mehr sind als ein Ich. Und das bedeutet eben, dass man daraus zum Beispiel ableiten kann. Also da gibt es das Erwachsene-Ich und da gibt es eben jüngere Anteile, jüngere Ichs. Und viele Probleme, die ich jetzt habe, sind aber gar nicht die Probleme von der erwachsenen Frau, von der alten Frau ja auch, sondern sind irgendwelche Probleme aus der Vergangenheit bis hin eben in die Kindheit. Und wenn man das genau anguckt, und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir uns wirklich für die Lebensgeschichten interessieren, dann kann man das ganz häufig finden, dass vieles, was Menschen beunruhigt, eigentlich in die Vergangenheit gehört. Und ja, deshalb eben diese Idee, wir brauchen erst mal dieses gestärkte Erwachsene-Ich, was sich nach und nach in der Lage fühlt, sich um sich selbst, sprich diese jüngeren Anteile zu kümmern. Also auch die Anteile aus der Kindheitserinnerung richtig zu verarbeiten und richtig einzuordnen, nicht? Also die Erinnerung einzuordnen und ich arbeite ja mit Imagination ganz viel, deshalb heißt es ja auch psychodynamisch imaginative Traumatherapie. Und dass, wenn die Patientinnen dazu sich in der Lage fühlen und es wollen, wir mit inneren Bildern arbeiten, dass das Erwachsene-Ich sich freundlich, liebevoll zu jüngeren Anteilen zuwendet und vor allen Dingen tröstend zuwendet. Das ist ganz wichtig in meinem körperlichen Ansatz. Würden Sie das Thema mit den Bildern und der Imagination etwas ausführen? Das interessiert mich besonders. Das kommt in Ihrem Buch vor und ich würde gerne wissen, wie Sie das einsetzen. Also erstmal unterhalte ich mich halt mit Menschen und achte ein bisschen drauf, ob da Bilder kommen, also auch hilfreiche Bilder und da reagiere ich dann meistens. Oder ich frage jemanden, gibt es irgendwas, was ihnen Wohltut, was ihnen Freude macht? Da kommt bei ganz vielen Leuten, ja, spazieren gehen mit meinem Hund oder so, ja, oder mit meiner Freundin oder was auch immer. Und dann lade ich einfach ein, dass man mir das ausgiebig erzählt und ich auch Fragen stelle, was erleben Sie da alles und was finden Sie schön und so. Und dazu muss man sich ja was vorstellen. Das sind jetzt nicht irgendwie künstliche oder extra Bilder, also therapeutische Bilder, sondern es sind erstmal ganz normale Bilder aus dem Alltag, für die ich mich interessiere. Und dann kommen manche Menschen, gar nicht so wenige, die erzählen dann auch natürlich, wie sie als Kinder auf Bäume geklettert sind und so weiter. Und dann sind wir so nach und nach sowieso bei der Kindheit, ja. Also zum Beispiel so geht das, also ganz natürlich im Gespräch. Und dann erkläre ich natürlich auch meinen Ansatz und dass ich gern mit heilsamen Bildern arbeite und frage die Patientinnen, was sie davon halten, ob sie da Lust drauf haben und dass wir mal was ausprobieren. Und dann kommen eher so angeleitete Angebote. Ja, aber wenn die nicht genommen werden, ist das für mich auch okay. Und zum Beispiel, wir haben jetzt so eine kleine Studie gemacht mit ganz alten Menschen, so um die 80. Und da ist uns aufgefallen, die wollen nichts vorgegeben haben. Die wollen höchstens mal so ab und zu eine Frage und dann kommen die von selbst in ihre Erzählungen mit ihren Bildern und Geschichten und so weiter. Und bei den Jüngeren kann man vielleicht manchmal auch was Konkretes anbieten, so eine innere Reise. Also die Art und Weise, wie dann Patienten über Bilder oder symbolische Schemata oder ähnliche Dinge berichten, gibt ihnen dann auch Aufschluss auch ein bisschen über die Empfindungslage oder über das Befinden der Patienten, nicht? Ja, natürlich. Und da kann man auch, wenn es stimmig ist, passend ist, kann man natürlich auch einladen. Zum Beispiel, wenn jetzt jemand so Geschichten erzählt und ganz im Schmerz versinkt, ja, dann höre ich ganz genau zu, gibt es da vielleicht irgendwas, wo wir mal sozusagen einen kleinen Schwenk machen können, hin, dann auch wieder zu was Ressourcen vollen. Und das gibt es eigentlich auch fast immer. Auch wenn Menschen sagen, mir geht es ganz furchtbar schlecht und mir ist noch nie gut gegangen, dann lohnt es sich, nach Momenten zu fragen, wo es ihnen ein bisschen besser geht und da eben auch neugierig zu sein. Ja, was ist dann anders? Das Kapitel Akute Belastungsreaktionen bei Menschen mit Trauma-Folgestörungen, in diesem Kapitel stellen Sie das ganze Inventarium vor, dass Sie sich mit Ihrer so reichhaltigen Berufserfahrung erarbeitet haben. Ich nenne jetzt hier keine Einzelheiten, aber es geht eben vor allem um die Bedeutung dieses ganzen Kapitels. So verstören die Gefahren, die auch die Patienten lauern, auch sein können. So macht dieses Kapitel doch auch Mut, sich den Herausforderungen durch die mit der Pandemie zusätzlich verbundenen Gefahren zu stellen. Wie würden Sie die wichtigsten Maßnahmen beschreiben, die da anzuwenden sind? Ja, Maßnahmen weiß ich. Also ich finde es halt wichtig, dass ich wirklich zuhöre. Und das habe ich, glaube ich, über die Jahrzehnte gelernt. Übrigens mit den 30 Jahren, wenn die Zahl von mir stammen sollte, ist sie falsch. Weil, also ich bin seit 50 Jahren Psychiaterin und Psychotherapeutin, seit 1970, also jetzt schon 51. Und war ja dann ab 85 in dieser Klinik. Da war ich schon Fachärztin und fertige Psychoanalytikerin. Und insofern muss ich da irgendwann mal die Zahl falsch angegeben haben. Oder die stammt eben aus Zeiten, wie ich bei Klett-Kotter anfing. Das war ja 2001. Also eigentlich bin ich 50 Jahre da in dem Ganzen drin. So, jetzt zurück zu Ihrer Frage. Können Sie mir nochmal... Mit den Maßnahmen, mit dem Inventarium. Ja. Mit dem Inventar, was Ihnen zur Verfügung steht, was Sie hier erarbeitet haben. Ja, also es gibt ja in diesem Buch, Psychodynamisch-Imaginative Traumatherapie, gibt es da einige Hinweise. Und in dem allerersten Buch, mein allererstes Buch, was damals bei Klett-Kotter erschienen ist, Anfang der 2000er Jahre, Imagination als heilsame Kraft. Da gibt es ganz, ganz viele. Und da greife ich halt drauf zurück. Also eine sehr beliebte gemeinsame Arbeit ist, sich vorzustellen, man wäre auf einer langen Reise und man würde sich, man würde spüren, wie kaputt man ist und man gönnt sich so einen Auftank, so eine Auftankerfahrung. Und dann Vorstellungskraft ist Zauberkraft, sage ich immer. Also gewünscht und es ist schon da. Also was wünschen Sie sich, dass Sie jetzt mal für eine Weile sich ganz wohl, ganz geborgen, ganz unterstützt fühlen. Das ist sehr individuell. Da kommt bei verschiedenen Menschen ganz unterschiedliches und dann verweilt man in der Vorstellung an diesen guten Ort und dann geht man da wieder weg und hat aufgetankt und kann dann auch das Gepäck, was man vorher abgelegt hat, was man mit sich auf dieser langen Lebenswanderung rumschleppt, das kann man sortieren und dann vielleicht auch was liegen lassen und mit weniger Gepäck weiter wandern. Das ist eine Übung, die auch alle Kolleginnen sehr mögen und die machen wir eigentlich immer. Und für Patientinnen ist die auch sehr, sehr angenehm. Und dann gibt es so eine Imagination von einem guten inneren Ort, wo man sich vorstellt, dass die jüngeren inneren Anteile da an diesem guten Ort sind, was auch sehr viele Menschen gerne aufgreifen. Natürlich nie alle, das ist auch klar. Also mich interessiert natürlich immer am meisten am Anfang, was hat dieser Mensch bereits, was hat ihm Freude gemacht. Alles, was mir die Leute erzählen, sind ja innere Bilder, weil das passiert ja nicht jetzt, sondern das sind Bilder, Erinnerungen und so weiter. Und daraus dann was zu nutzen und zu fragen, können Sie da einen Moment länger verweilen, können Sie mir vielleicht noch mehr erzählen und dann ab und zu auch solche Übungen. So wie ich meinen Schülern geraten habe, sich ein Lerntagebuch anzulegen, so schlagen Sie Ihren Patientinnen ein Freude- und Dankbarkeitsbuch vor, in dem sie aufwundernde oder beglückende Erlebnisse festhalten und sich in ihrer Tragweite für sich bewusst machen. Haben Sie damit bei Ihren Patientinnen gute Erfahrungen gemacht? Ja, sehr. Also das war vor allen Dingen in der Klinik ganz spannend. Da kamen viele, wir haben das vorgeschlagen, haben die Patienten gesagt, nein, mache ich nicht und außerdem geht es ja sowieso immer schlecht. Naja, dann war das Schöne, dass Mitpatientinnen dann gesagt haben, doch, probiert es mal, das bringt was und so. Also wir haben da sehr gute Erfahrungen gemacht und ich gebe das immer weiter, auch an Kolleginnen, also dieses mal sich abends einen Moment hinsetzen, Bilanz ziehen und was gab es heute? Ein oder mehrere gute Momente und das Aufschreiben. Ja, das ist die Idee und da haben eigentlich die Patientinnen, die sich darauf eingelassen haben, das tun natürlich auch nicht alle, die haben schon gesagt, dass ihnen das hilft und dass sie jetzt viel mehr die Dinge mitkriegen und sich auch ein bisschen mehr daran freuen können. Also ich kann das nur empfehlen. Das mit der Dankbarkeit, das ist schwierig bei traumatisierten Menschen. Das geht oft nicht so gut. Das wird natürlich auch empfohlen, aber ich frage das auch, können Sie dankbar sein? Und wenn jemand sagt, ja, dann ist es eine Ressource, die man nutzen kann. Aber es gibt auch viele, die sagen, nein, ich will nicht dankbar sein. Mir hat man so viel Schlimmes angetan. Und ich will nicht dankbar sein. Und das müssen wir ja respektieren. Ja, wir haben den Leuten ja nicht vorzuschreiben, wie sie denken und fühlen sollen. Die Lektüre Ihres Buches, Die Welt als unsicherer Ort, macht Mut. Und der Titel verrät ein Programm, das nicht auf den ersten Blick gleich erkennbar ist, aber den Lesern nach der Lektüre glasklar vor Augen stehen wird. Mit Empathie und Verbundenheit und zugleich mit Ihrer beeindruckenden Erfahrung Ihrer 50-jährigen Tätigkeit gelingt es Ihnen zu zeigen, wie man die Welt ein wenig sicherer gestalten kann, habe ich auf dem Blog geschrieben. Frau Reddemann, wer sollte Ihr Buch, Die Welt als unsicherer Ort, psychotherapeutisches Handeln in Krisenzeiten, lesen? Naja, es ist ja für Kolleginnen und Kollegen geschrieben, hauptsächlich, ja. Kommt ja auch in der Reihe, wo es eigentlich um Therapie geht. Aber mir wird nachgesagt, ich könnte auf eine Art schreiben, dass eben auch Betroffene meine Sachen gerne lesen. Und deshalb würde ich sagen, also alle, die sich davon angesprochen fühlen und sich auch in Not fühlen mit jetzt der Pandemie, sind eingeladen, das zu lesen und da auch einiges zu entdecken, wie ich empfehle, therapeutisch zu arbeiten und vielleicht auch sonst einige Anregungen zu bekommen. Also es könnte ein breites Publikum finden, dieses Buch. Vielen Dank, Frau Professor Reddemann. Ihr Buch, Die Welt als unsicherer Ort, jetzt zeige ich den Titel nochmal, wird am 22. Mai dieses Jahres bei Klett-Kotter erscheinen. Herzlichen Dank. Ja, ich danke Ihnen sehr, Herr Wittmann, für unser Gespräch.